Urlaub, Urlaub in Italien und damit Hallo und herzlich Willkommen, heute präsentiert von mir und meiner etwas weniger hübschen Begleitung, Kevin Westphal. Was bedeutet sein Name? Flammkuchenkonnoisseur, 55 Single, stark behaart. Ich dachte, wenn ich schon hier bin, weißt du, da kann man ein bisschen die Angel auswerfen. No, what? Er hat den Reset nicht bekommen, weil er in Stasis war? Riot Games, ihr seid so klasse. Warum gibt es denn jeder Gold, Edo, immer diese eine Ash, immer in meinem Team, die einfach nur reinfied ist? Jeder muss mal gegen meine Ash spielen, ne? Dann machst du ja nichts. Oh, warte mal, ist doch mal der Raffen-Presnipe. Nee, das wäre so cool gewesen. Ich hatte meine Hände hier und der Sohn einer Sohn einer Mutter. Digga, keinen schnelle Mobility, keinen schnelle Mobility. Yasuo dashst du dir durch. Tristana jumpt auf dich. Zana auch diese Ghost-Scheiße. Und du pickst Ash! Alter, dieser Lissandra macht ja schon, ist ja ne interessante Geräuschkulisse, muss ich sagen. Tristana ist ja ne interessante Geräuschkulisse, muss ich sagen. Tristana ist ja ne interessante Geräuschkulisse. Tristana ist ja ne interessante Geräuschkulisse, muss ich sagen. Mit meinem Vater telefone ich jetzt nicht unbedingt gerne. Also nicht, wir haben keine Probleme miteinander, um Gottes Willen. Ich hab'n ganz normales Verhältnis mit meinem Dad, aber... Er hasst mich, ne? Also nicht mein Vater, der Kasiks meine ich. Ich hatte da nen Lack. Alter Junge. Die Real dachte sich so, ja, wir haben keine Vision in den Busch. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Wait, wir haben verloren. Wait, wir haben... Wait, what? Wait, what? Das war Predicted? Ich hab' einfach Badlife im Team. Ich hab' einfach gedacht, wohin aimt der Lümmel? Nennt mich fucking Daddy Twitch chat. Jetzt oder nie. Jetzt ist es in Ordnung. Jetzt hab' ich's verdient. Ja, Rakan, Digga! Let's go! Let's go! Let's go! Boah, ich bin so ein guter Spieler, Mann! Halt's Maul! Ah! Äh, es geht raus an Saturo, ne? Mach gute Videos? Was? Hahahaha! 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 Aber keine Sorge. Meine Größe macht mich nur leistungsstärker. Wie Master Yi mit seinem riesigen Schwert. Was war das für ne Pause? Was war das für ne Pause? Was war das für ne Pause? Ach, ihr... Ihr seid befreundet, ne? Kann das sein? Ihr seid richtige Bastard-Freunde. Kann das sein? Euch geht's rie... Hey! 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 Au! Du kannst ja doch nicht dutschen! Geht doch nicht, Alter! Alle Lars von Diamond. Nope! Ich bin noch jung. Ich hab le... Also... Boah! Ich hab eigentlich erst geskillt, als ich gesehen hab, erflasht. Und dann halt mehr den Fokus auf irgendwelche Hentai-Oktopus-Cafés. Ich liebe Hentai! So. Oh mein Gott, Leute! Ist nur mein Penis hart, wenn man Challenger-Games spielt? Oder findet ihr das auch geil? Wenn die Game-Quality so viel höher ist? Du fährst mich in letzter Zeit ziemlich oft an. Ich mach auch gerne... Du hast mich gestern auch die ganze Zeit angefasst... Jaaa! Was ist das? Es ist einfach. Ich hab einfach neben dir liegen... ohne... ohne.. ohne... ohne anpacken zu dürfen, hat mich einfach... Rallig gemacht, ne? Das war Absicht. Nope! Hhhhh! Es hässten dir alles vor und dann hat Klenz! Weil Rangerspieler sind dumm, die können keinen CC-Dodge und ich brauche einen Clans. Mann, hasse ich diesen Champion. Ich bin mal so frei von meinem Schüler, ein bisschen anzugehen. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017